Aufschau draus wie ein Penis! Ich bin vorgestern auch runtergeflogen, bin ich gestorben. Alter, wenn's dich duxt, zieht man nur deinen Schädel leider. Schau, da ist doch ein Blauen! Zwischen Blau und Braun! Ja, ich hupf da jetzt runter. Bein gebrochen, ohnmächtig! Na, vom tiefsten Punkt natürlich. Ah, wie lange er ohnmächtig ist, das ist echt grauslich. Tipsi! Hör auf bitte! Schau die Köpfe raus! Ich hab grad aus dem Ding auf dem Manuel geschossen leider. Ich hab gar nicht gewusst, dass man dort drüber schauen kann bei dir. Warte, warte, warte! Das Auto, das Auto rechts vor uns! Rechts vor uns! A Ural! Warte, 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 ich schieß ihn gleich ab! Ja, schieß ihn ab! Aber schieß ihn durch die Scheibe bitte! In den Reifen, schieß ihn in den Reifen, schieß ihn in den Reifen! Ah, Reifen hin, Reifen hin! Passt! Er ist ausgestiegen! Troffen! In den Fuß! Voll tot ist er, oder? Nein, nein, er rollt sich, er rollt sich! Ja, tot! Schön, passt! Oh, Alter, wie gut wir spielen, Alter! A Ural! Ja, schieß mal ab! Bam, 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 bam! Tschüss, weg ist er, Alter! Ah, schau, Jake! Oh, come on, guys! Warte, ich muss mein Zeug rausnehmen! Warte, mal! Unitski, ich schau jetzt ein paar Sachen rein in den Rucksack! Einmal, zweimal... Einmal essen, einmal... Zweimal Bekemehe, einmal trinken! Passt, ist Fressen genug drin in dem Hohenwagel! Passt! Drin! Gott! Sag ein und mach das bei Units! Ja, passt! Passt, kann ich fahren? Ja, ja! Jawohl! Aber fahr nicht da an, irgendwo, bitte! Fahre mit Boost gleich, oder? Ja, ja! Ein da rein! Da steht ein Motorrad! Da liegt ein toter Sniper! Echt? Ja! Der Mk 48 Mod mit zwei Pelz, oder... Oh, der M... Boah, der hat geile Sachen! Der M107 Muni... Da liegt die CZ 550! Hat einmal Mk Mod... Und da hat er... Da hat er zwei Stück, oder, davon! Zweimal Muni für das... Oh, wie geil ist denn das, bitte! Da bin ich jetzt echt... Da krieg ich jetzt dann Horten bei sowas, oder? Bin ich echt fan, sowas! Geht schon, geh mal zum Ding, bitte! Dauerschnell! Ich weiß nicht, nimm da was du willst, schnell, und dann geh zum Dauer! Ist egal! Verpasst! Ich weiß nicht, wann der gestorben ist, aber... Ich hab meine Sachen, die ich brauch' wenig Kilos, aber... Ich hab meine Sachen, die ich brauch' wenig Kilos, ja... Ich hab meine Sachen, die ich brauch' wenig Kilos, ja... Jetzt schau' mal noch ins Gli von dem Scheiß-Style da ran... Pass auf, pass auf, Zambi! Ich hab' keine Scheiß, nader... Kommen mehr! Das sieht selber aus! Schau' mal Study-Body, warte mal! Ja, wollte ich grad' machen! DMR Desert Fox! Oh, hast du geschossen? Mhm! Hör auf bitte, um mich zum Leuchten bitte, oder? Das... das macht mir in 80, du Arsch, oder? Heli, heli! Mainrotor ist da! Den können wir einpacken, oder? Ja, der kommt her, der Heli! Krass! Vielleicht tankt er da! Geh' in Deckung! Bleib' hinter der Wand, bleib' hinter der Wand, bleib' Genau, genau, genau! Jetzt wär's gut, wenn ich das nachzicht hätte! Der tankt wirklich da! Alter, bleib' hinter der Wand! Nein, 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 der tankt nicht da! Der tankt nicht da! M17... Oh, der kommt her, der kommt her! Ah, der ist schon lang weg, oder? Na, der dreht da eine Runde! Pass auf, Alter, der kommt zurück! Ich hab' weggeschossen! Alter, bist behindert! Na sicher! Alter, du bist so ein Mongo, wirklich! Warte, warte, warte! Das hat auch 100 Brokkert! Komm her zu mir und gib' mir die Nachzicht! Der jetzt sofort, der geht runter! Komm, komm, komm zum Motorrad! Warte, 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 warte! Nix! Warte, bleib' stehen, bleib' stehen! Du musst herkommen zu mir! Warte, der landet davon, der landet! Ja, Alter! Lass ihn landen, Alter! Was ist denn mit dir? Ja, gib' mir die Nachzicht, Alter! Ja, der sieht mich, wenn ich da jetzt herkomme! Du bist behindert oder so, gell? Alter, du bist hinter der Wand! Der kann dich nicht sehen! Wo bist du? Da! Hau's mal in den Rucksack! Hau's das drin! Okay! Sehr gut! Wir warten jetzt ab, was, was, was machen! Ich sehe gar nix, Alter! Warte, ich muss... Schleich dich da, du blockst mich! Ich sehe nix, Alter! Das kannst du vergessen, 81! Du brauchst nix sehen! Ich brauch' Pain-Killers! Hab' ich! Warte, ich hab' ich welche! Wo land' der Trottl? Der ist da hinten gelandet! Ich will rausschießen! Ich sehe ihn von da nicht! Der ist hinterm Hügel gelandet! Schieß auf keinen Fall, Alter! Kann ich hingehen? Ich habe wohl leck' gerade! Einzige, was mir nur am Arsch geht! Ja, geh mal die Nachtsichtung! Ich geh' hin, oder? Na, ich geh' schon! Ich geh' schon! Ich geh' gar nix, Alter! Das ist ur-arschend! Ich hab' das stärkere Ding, Alter! Ich hab' eine MK 48-Mod-0! Na, warte, ich renne hin! Ah, ich renne auch, okay! Ja! Schieß am Rotor! Schieß am Rotor! Schieß am Rotor! Dass er nicht wegfliegen kann! Weil wir haben da ein Rotor hinten im Ding liegen, ja! Ja! Erst reise! Wir haben gleich ein Hede, wie's ausschaut! Ja! Würde ich mich jetzt noch nicht trauen sein! Für gleich Tage, ja! Ich bin schon neben ihm! Ja, ich geh' zu einem Busch, lieber! Wenn der Nachtsicht hat, zieht er uns genauso, Alter! Da steht er, da steht er, da steht er! Soll ich auf ihn schießen, wenn ich kann? Ja, wenn du jetzt siehst, den Typen, dann schieß ihn raus, Alter! Ja, gar nix! Hätte ich jetzt Nachtsicht, ich könnte ihn umbringen, aber nein! Ich hab' keinen Nachtsicht! Der Nebel ist ur-hell! Ja, ich bin tot, Superman, Alter! Wird kein Scheiß, du Idiot! Ich bin tot, Alter! Der hat zweimal geschossen, und ich lieg' am Boden! I see you, lol, schreibt er! Na, Hank, schreib mir, er soll mich verarzen, Alter! Schreib mir, er soll mich verarzen, schreib Hank! Der sitzt im Gebüsch drinnen, in der Nachtsicht! Schreib's ihm selber! Kann nicht, Alter, ich kann nicht schreiben! Wo sitzt er? Er beruflos ist, kann ich nicht schreiben! In dem Gebüsch drinnen! Schießt er! Skill-o-skill! Supergeil! Ja, halt die Pappen, Alter! Was ist mit dir? Du bist die Scheißnacht! Ich glaub, du hätt' ich ihn umgeschossen, Alter! Was soll ich jetzt machen, Alter? Hab' ich's da weggenommen? Nein, aber du sagst die Mutti mit der DMR, Alter! Supergeil! Alter, jetzt hab' ich einen MK-Mod verloren und alles! Gar nix hast' du verloren! Er kann dich nicht looten! Außer er weiß, wo ich bin! Nein, glaub' ich nicht! Er hat da Nachtsicht halt gehabt, Alter! Scheiße, er hebt ab! Wurscht, er hat deine Leiche sicher nicht gelootet! Bleib im Busch! Bleib im Busch! Was ist das Stil jetzt? Ja, jetzt schwebt er! Sucht er, Alter! 6.000 Meter, Alter! Er sucht mich! Mies Geburt! Scheiße, Alter! Er leuchtet genau im Busch rein! Ja, jetzt zieht er mich, Alter! Scheiße, er blendet mich zu Tode, wirklich! Alter, ich hole ihn jetzt runter, den Wichser! Ja! Oh mein Gott! Ich hab keine Muni mehr! Oh mein Gott, ich hab keine Muni mehr! Hast du den Heli? Ich glaube, ich hab ihn zerstört, aber ich weiß nicht genau! Ja! 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 Er ist komplett in Ordnung! Echt? Ja! Dann kannst du mich abholen, schnell! Pack alles in Heli! Pack alles in Heli und genau! Und dann... Naja, ich hab jetzt halt die Angst, dass das wer gesehen hat und her kommt! Ja, es fliegt ein Heli Richtung Nordfist, er fliegt! Ja! Scheiße! Nein, nein, blödsinn da doch nicht! Da doch nicht! Da nicht! Warte, warte kurz! Ich muss jetzt mal meine DMR Munition aus mir raus! Can you see me? Down on left side, can you give me lift? Mein Sohn! Alter, da kommt schon wer! Echt? Ich muss jetzt mal starten und die Lage checken! Ich hab was im Busch gehört! Ja, ist das ein zweiter Heli! Echt? Fuck, Alter! Ich verstehe nicht, warum der Idiot gelandet ist, oder wenn der Heli nicht hin war! Echt, was schuld! Aber egal! Wie gesagt, entweder du holst mich ab, oder du packst alles in Heli, wobei das wird sich glaube ich nicht rausgehen, oder? Ich traue mich nicht, ehrlich gesagt, jetzt! Echt, du holst mich schnell ab! Ich fühl dich, du scheiß Wurnapegi, Alter! Echt, Alter! Ich bin jetzt nicht zu tot, ey, das scheiß nicht, Alter! Ah, fünf Kilometer noch! Schon wieder, das kann echt doch nicht sein, Alter! Aber wie gesagt, Manuel, dann hol mich halt gleich ab, scheiß noch, dann machen wir das später am Erfügel, dann bleiben wir dort, okay? Soll ich dich holen oder loot? Ja, hol mich ab, hol mich ab, ich hab mich sicherer, weißt du? Dann denken sie sich, du schleichst dich und dann bringen wir wieder hin und dann hab ich neidwischen auch, weißt du? Ja. Wo bist du? Warte mal, ich bin jetzt bei Bernds Junge irgendwo, glaub ich. Na, ja, warte, ich bin genau in Nizion. Wirklich? In Nizion irgendwas, ja. Alter, du Lacker, wirklich, das ist ja geil. Nein, in Nizion irgendwas bin ich. Alter, man sieht so viel da auf der Küste beim Mond, so viel, Alter. Wie sagst du? Der Bus, dass der da im Geplüschte hat mich aber nichts gesehen, Alter. Er ist ausgestiegen und hat sofort die erste Kugel gefressen, der Wichser. Jetzt steigst du da rein oder nein? Aber es steht ein Hue, ja. Auf dem Northeast. Hast du da irgendein Gea drinnen? Nein, hab ich jetzt nicht mal geschaut, wahrscheinlich ist ja was drin. Rude Chief passt ganz stark im Gogo. GG. Drei DMR-Magazine, ja. Dann passt jetzt vielmals schnell zum Ding, zum Northeast Airfield. Dann gibt's nur noch schnell das Ding, das... Jetzt looten wir deine Leiche, dem sind... Uh, DMR! Ja, scheißegal, Alter. Du teppert, Alter. Ich hatte so ein Glück, Alter. Ist so teppert. Wir haben so ein Glück gehabt, Gott. Ja, der hat uns zweimal drauf, vielleicht. Ja, der hätte schießen können, wenn wir runden waren. Weiter, der trifft uns. Gut, der Rotor. Gut, der Rotor. Ja, das ist eh der Heli, ja. Ja, ja, ja. Soll ich schon ansteigen? Nein, 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 warte, Alter. Meine Leiche liegt genau unter uns. Genau unter uns. Ja, ich weiß. Ich steige raus, okay? Nein, Alter. Du brauchst eine Minute, bis du runterfliegst. Ach so, wenn ich dich absetze. Ja, ich setze dich ab. Weißt du, wo ist der zweite Heli? Der steht da, wo das Licht brennt links voraus. Bist du jetzt mit Leid fischen das Licht? Ja. Vielleicht dreht es mir ab kurz. Hey, da steht noch ein Heli hinten. Tja. Scheiss. Ja. Also wir haben drei Heli. Jetzt legst du ein paar Teile runter. Warte, ich höre dich. Da war es dann laut schnell. Da habe ich eject. Oh Gott, das geht verpasst. Nein, nicht eject. Alter, du bist so behindert. Egal, ich gehe raus, ich gehe raus, ich gehe raus. Das passt schon, flieg weg, flieg weg. Bist du tot? Nein, flieg weg, weiter. Ich habe drei, vier Gefühle. Ich bin schon wieder da, chill. Flieg weg, Alter, flieg weg. Ich bin nur kurz vorhanden. Du bist so ein Depp. Hast du Morphium? Kommt nochmal. Nein, ich will nicht. Ich habe mich nicht gebraucht. Gebe weg. Nicht nach hinten, Alter. Boah. Wo ist meine Leiche gewesen? Ich weiß nicht nur, du gestorben bist. Ich höre nur nichts jetzt, Alter. Geh bitte weiter. Da liegt die Leiche, glaube ich, beim Busch. Vom anderen. Da ist da vorne, gell? Ja, aber deine nicht. Ah, meine ich da, meine ich da irgendwo. Da liegt's am der Straße, auf der Straße. Links von dir hinter dir. Da, gell? Ah ja, voll. Oder nein. Ah, voll. Ah, voll. Ah, vergiss. Ah, da vorne. Links. Dreh dich nach links. An der Straße. Links. So? Ah, ja, da vorne liegt's voll. Du bist deppert, Alter. Da steht noch ein Heli, gell? Ja, eh. Wir werden uns aufladen. Voll, das ist meiner. Oder? Ja. Das bist du und er liegt dann weiter unten. Ich glaube, ich habe ihn eh schon gesehen. Back the toolbox to watch. Ah, da liegt der, was den loot ich jetzt scheiß drauf habe. Oh. Oh. Irgendwer schießt auf mich. Ja, ja, ja. Fuck, ich bin gleich tot. Egal, ich bandage mich. Er ist im Busch, beim Heli hinten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Chill, ich bandage mich, ich brauche einen Platz. Erst rein, 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 rein. Boah, Alter, ich muss weg, ich muss weg. Fick, weg, 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 weg. Scheiß, mach scheiß auf mich, scheiß auf mich. Wir haben einen Heli. Mach's schon. Ich mach einen Shot noch, damit ich weg. Ja, ich weiß. Er hat mich schon ziemlich beschädigt. Ah. Der hat mich schon ziemlich beschädigt. Ah. Ah. Der Heli dreht sich schon nur. Fuck, Alter. Du rennst eh weg, oder? Nein, nein, nein. Ich kriege deinen Boden. Ich stehe mich jetzt ins Gefühl, dass jemand weg ist. Warte, der Heli ist nicht mehr zum Steuern. Fuck, Alter. Schau, Alter. Ja, ja, er schießt. Ich versuch so eine Schüsse auf mich zu ziehen. Ja, er warte. Wenn der Heli hin wird, springe ich ab, Alter. Ja, du bist schon aus dem Boot, Alter. Gebiete, Alter, was ist denn das für... Ich hab gesagt, du sollst wegrennen, du Idiot. Ja, ich soll nicht wegrennen, Alter, ich hab ein Blut gehabt. Ja, renn doch einfach. Na ja, dann scheiß, dann lass mich doch mal raus, da gehen. Ja, jetzt kann ich dich nicht mehr abholen, Alter. Ach, ich scheiß doch, ich hab den Rücken, Alter. Ich geh wieder zum Scheißen, Alter. Jetzt mit dem Erdort beim Scheiß-Helio-Scheißen. Ja, wurscht, ich geh runter und hol man jetzt. Ja, mach das. Ey, das Feuer war noch so leih, war denn jetzt, Alter, bin ich vielleicht wieder tot. Reis, wo bist du? Und lol. So ein Mist, gut, so eine hässliche, Alter. 25 Leute, und das sind drei mehr, Alter. Bitte, bitte, Alter. Ja, ich werd's versuchen. Ja, weil du das vom Heli weiter. Ja, Alter, ich kann nicht mal mehr grad fliegen, Alter, die Scheiß hinten. Ich spring jetzt aus. Ist mir egal, ich geh jetzt zu Fuß hin. Wie hat er mich das becken können, der Mann, Alter? Boom. Wie hat er mich das becken können, das weiß ich nicht, Alter. Was, da ist einer neben mir jetzt? Das darf nicht wahr sein, Alter. Hecker. Du bist tot? Ja. Alter, genau dort, wo ich lande, ist er auf einmal. Ja, wer war das? Ja, wo ich dann bei euch eh nicht mehr connecten, oder? Da haben wir unser ganzes Gears verloren. Fuck, Alter. Oh, Alter, nicht unterstreifend. Ah, ja. Oh, Alter. Was ist das? Oh, geil. Hits, Jets. Hits, Jets. Hits, geh runter, Alter. Aber die können wir nicht starten. Da links ist ein Heli, links. Ja, ja, ja. Hey, die haben keine Skins bei mir geladen, Alter. Das ist weiß. What the fuck? Seht sie das auch? Was ist das weiß? Ja, bei mir sind die nicht farbig, sondern weiß, die Dinger. Ja. Die Geräte. Die Helis. Die Helis, ja. Ah, der vorne hat Schokoladen. Hast du, die kann man vergessen? Das ist A10, Thunderbolt. Oh, geil. Da stehen voll Bullenautos drin. Ich renne zu dem hinteren Heli, gell? Ja, wir haben die scheiß Basis gefunden von den scheiß Admins da dann. Der Jetter. Ah, warte, jetzt, man muss einfach nur die Bäume umfahren. Wir schießen da, wir schießen da. Fuck. Ich nicht. Oh. Ich bin da. Atme ins, glaube ich. Ich bin da unten. Ah, da muss ich nicht, aber weiß gleich. Ich bin getroffen, aber ich lebe noch. Alter, wer ist das? Das gibt's ja nicht. Scheiße. Wo ist das, ist die Frage? Sind sie alle tot? Nein. Nein, nein. Nur ich bin tot. Das macht ur wenig Schaden, zum Glück. Okay, ich bin in der Hitten. Erstens sind Panzergeräte. Da hinten? Welcher hinten? Ähm. Hinter uns ist auf jeden Fall, hinter uns. Ja, ich weiß. Am Heck vom... Ja, kannst du... Du siehst ja die mehr, oder? Ja, ich bin jetzt in dem Haus. Ich bin ganze Zeit beschossen worden. Ich hab Glück, dass ich noch lebe. Aber da sind gepanzerte Fahrzeuge drin, aber ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Kannst du vielleicht hinschießen, kurz? Ja, Ruhe. Hörst die... Ich glaube, die Tele... Naja, jetzt bin ich tot. Alter, das gibt's nicht. Der war sofort in der Hitten drin, die waren viel weiter weg. Scheiß Cheater, jetzt. Ah, der sind auf jeden Fall meistens immer hinten hinter das Wegeblieb. Da hinten rechts rein, da noch. Was? Ähm, ein bisschen rechts von dir an der Straße, an der Küste, ist ein Spieler gerend. Was? Der will sich in die Fire Station. Aber der hat auch angefangen. Ich bin jetzt schon. In der Schule, ah, im Supermarkt, ist er. Ja, ja, ja. Ich guck mich da jetzt her. Kannst du mir Sound draufdrehen. Er ist im vorderen Teil jetzt gerade. Ja. Hey, da ist noch einer. Da links. Da, da, da. Oh, der hat ein Sniper. Der hat 50. Da sind drei Spieler. Oh, schieß, schieß, schieß. Bist es du? Bist es du? Ich bin das, ich bin das. Warte, sie laufen links hinten. Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Erst ich renne da hinten, gell. Ich bin der Neger. Fast, alle drei tot. Das ist Blut wie Sau, ey, da. Hey, da drüben ist es gerend gerade. Ah ja. Er foltert wieder aggro. Geradeaus. Ja, ja, ja. Hab gesehen, hab gesehen. Da rechts, rechts auf der Straße. Ja, ja. Unbewaffnet. Nein, Makarov. Es sind zwei, oder? Ja, zwei Makarovs. Hey, guys. Pass auf, vielleicht sind das die von vorher. Ich kann nicht schießen, weil du immer im Weg stehst. Wurscht da. Ich habe keine Munition mehr. Warte, bleib. Warte, redet, der redet. Komm, sech bitte. Hey, schau. Hint, hinten. Aber ich hinschaut, aber ich hinschaut. Ah, da kommt mit der Axt rein. Scheiße. Komm, 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 reise. Oh, komm, komm, komm. Oh, komm, 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 komm. Oh, oh. Noobie. Der M4 hat einen Typ. Oh, oh. Der hat ja den SD, okay? Ja. Stellen wir da. Scheiße, oder? Ah, du, du, du. Schmerzen, links, links, links. Rechts? Okay. Erst renn nicht mit Sprint, du bist urlangsam. Ja, passt. Rechts hinter uns, rechts hinter uns. Pass auf, links ums Eck ist er. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber mit der Axt, gell? Da kommt der anderen, da kommt der anderen. Oh, oh. ¨GIGIGIGIGIGI¨ ¨Hahaha' ¨Hahaha¨ ¨You're bleeding guy¨ ¨Hahaha¨ ¨Hahaha¨ ¨Ich müsste die Axt auspacken¨ ¨Also, pack aus, schnell pack aus!¨ ¨Hey, du musst mich auch decken¨ ¨Kommt der?¨ ¨Nein?¨ ¨Warte, schießen...¨ ¨Esther Zombie rennt den auch¨ ¨Da ist keiner¨ ¨Warte, warte, warte, warte¨ Was, da Axt ist draussen¨ Der hat geschossen, glaube ich. Oder war das die Axt? Oh, oh. Nein, geh nicht hin, geh nicht hin. Wird der triggert? Der will mir helfen. Ja, der wird triggert. Der ist tot. Da ist er. Ja, das war der Atmen. Da, ich habe ihn mit der Axt gebt. Die motherfucker, die. Zombie hinter dir. Ja, okay, passt. Schleichen wir uns reißen, komm, Alter. Haben die anderen kein Gear? Schau, was der alles hat, der Typ, Alter. Nix, 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 der ist normal gespawnt. Illiziert. GPS und der Atmen, der Atmen. Der Link geht, da wo ich nutze. You're being hunted. Oh, oh. Oh, 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 oh. M9 SD. Die Waffe? Nein Vision, Rangefinder. Toolbox. Reise, machen wir, machen wir einen Abflug, oder? Ja, da muss man Blutback drücken. Ja, Zombie. Aber pass auf, dass du nicht zum Wasser landest. Land noch nicht, land noch nicht. Land noch nicht, land noch nicht. Geh. Flieger, bitte. Du brauchst nix, du brauchst sonst nix drücken. Nein, nein, lass. Drück einfach Hypsilon. Na, er soll nach oben bleiben, weil sonst wäre er schon längst triggert worden. Scheiß wieder Triggert, sonst wäre er schon längst triggert worden. Hör auf zum hin und her fliegen. Geh einfach runter. Da ist nicht, da ist nicht gut. Da ist nicht gut. Da ist nicht gut. Drück ein bisschen A, drück A, 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 A. Ein bisschen, ein bisschen A. A, nicht weh. Okay, dreh dich, dreh dich, mit der Maus, dreh dich. Also, mit X oder C. Dreh dich mit der Maus ein bisschen. Alter, das gibt es ja nicht. Das ist ja scheiß Zombies. Nein, nicht zu weit, nicht zu weit gehen. Du musst ja zu uns kommen. Geh ein bisschen zu mir? Nein, geht nicht. Du musst herkommen. Drück A, du geh, du geh, drück weh ein bisschen. Lass weiter nach vorne fliegen, ein Stückchen. Oder her, es kommt ja rüber auf die Zombies. Ja, ja, und jetzt geradeaus, genau. Weil da können auch keine Zombies herkommen. Passt. Genau. Da kannst du jetzt runterfahren. Langsam, langsam, langsam. Ah ja, das Problem ist, da passen nur zwei rein, oder? Ah. Okay, ich bin drin. So, rauf, 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 rauf. Bist du auch drin, Reise? Drück K. So, jetzt dreh dich ein Stück. Blick vor. Nach W, 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 W. Drück W. Ja, 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 weiter, 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 weiter. W, 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 W. Ja. So, stopp. Jetzt drehen, drehen. Nach links drehen. Links ist das andere, ja. Ja. Und jetzt wieder W, dann fliegt sie mir vor. Reise, was willst du, Alter? Da kann er landen. Das schafft er ja nicht. Warte, geh, land er, ich steig ein, okay. Ich kann da, hier kann er landen, oder? Er braucht nur wehdrücken, Alter. Lass ihn jetzt fliegen. Bitte, schock er, halt mal. Reise, halt du die Pappen. Ich kann ja da landen, oder? Wenn die Zombies kommen... Reise, die Zombies können nicht unter den Rotor, du Gescheitling. Ja, wenn er rennt, ganz gescheit. Intelligenz-Polze. Y, Y... Was ist das Problem, Mann? Y, Y... Can you get out? Hinten rein? Oder ein Scanner? Bist drin? Ja. Weil der Junge stresst mich nicht so, ich hab sie geschafft. Ja, der Reisewild, dass du gleich bei deinem ersten Flug so eine punktgenaue Ladung machst, ist das unnötig. Ja, Bullshit, da will ich. Gegen Bullshit. Und außerdem, was ist das jetzt? Ist das ein Kampfumschauer? Ja, ja. 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 Ja, stimmt. Mann, da ist der behindert. Warte, er hat keine Agro, warum nicht? Ja, das ist nicht der! Schau dir die Waffe an! Nein! Das kann nicht er sein! Ich schiesse den jetzt weg, gell? Nein! Die sind da da, Alter! Schau, wie geil! Hinter uns ist die NPCs! Das kann nicht er sein! Der hat ja nicht so eine Waffe! Nein, Agro, Agro! Links, 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 links! Auf der Straße! Ah, ja, ja, ja! Ah, ja, ja, ja! Ah, ja, ja! Ah, ja, ja! Ah, ja, ja! Ah, ja, ja! Das ist so geil mit dem Gerät! Der ist sicher in die Schule gerannt, oder? Ich schwebe mal über das Haus, über die Lücke! Hast du die NPCs wirklich gesehen? Nein, nein, nein! Ich glaube, die NPCs waren es, aber... Bist du sicher, dass er das war, der auf der Straße steht? Ja, er heißt Heidi! Okay, okay, okay! Der schaut aus, als hätte er eine L85, oder so! Nein, in der Schule ist es drin! Auf dem Dach war er kurz! Auf dem Dach! Warte, warte, bleib! Bleib! Vielleicht kommt er auf der Handelsseite raus! Nein, nein, nein! Da ist er! Ahaha, Schesse! Kannst du jetzt normal zielen, wenn ich so wackele? Nein, nicht gut, nicht gut! Ah, da ist er aber dort, da ist es ein Zombie! Nicht so nah einer! So kann ich nicht gut zielen, flieg ein bisschen höher! Nein, jetzt hat es gerade gelaggt, Einer. Gehst du durch die Fenster? Ja. Geil, Einer. Es ist aber noch einer drin, gell? Wie? Ja, sicher. Der kann nicht so schnell, der war gerade oben. Gehst du durch die Fenster? Nein, das ist die Munitionsverschwendung, die supergeile Munition, die explodiert beim Aufpragen. Geht der noch? Nein, nein, der war sofort getötet. Fair to Pops am Heli. Das ist der Stein. Das ist ein Flieger. Was war das? Ja, vielleicht sind da ein bisschen Vorsicht zu jetzt, gell? Den habe ich noch keiner. Doch. Ach, das ist ein Fahrzeug. Ja, da links ist das Mensch oder Baumstümpfe. Nein, Baumstümpfe. Das sind aber Zelte. Ja, flieg mal ein bisschen tiefer. Ja, mal runter. Vielleicht baut was. Ja, da steht was, sieht das? Was Mensch oder was? Da hängt... Da hängt... Da hängen... Da hängen... Die hängen... Die hängen an Stricken. Die sind aufgehängt. Oja, wirklich? Hey, das ist auch das NPC, oder? Ja, die hängen an Stricken. Das gibt's ja nicht. Also ich schwör, die hängen. Die haben's aufgehängt. Da flieg ein bisschen weiter nach rechts, ich seh so nicht rein. Für die Aufnahmen, für die Aufnahmen. Was, Alter, was ist das? Oder ist das ein Bug? Erst, die haben Stangen vom Kopf weg. Ich weiß nicht, ich war denn... WTF? Nein, die hängen wirklich, die sind gefesselt. Nein. Oh ja. Die sind aufgehängt. Die sind aufgehängt. Die sind gefesselt, ich will sie komplett anhängen. Das ist nicht laut. Die hängen auch wirklich, dass die Recher hängt. Lass mich mal runter, ich schau mal in der Zelte rein. Schau, das ist nix. Die sind aufgehängt. Aber die hängen aus der Luft, oder? Nein, ich darf in der Zelte reinschauen. Na, die sind aufgehängt. Ja, fuck. Boah, alter Schwede. Ich vergib ihm. Gibt's da was? M110, das nehm ich mir gleich. Anscheinend. Bullshit. Ja, woher leiser kommt? Ich hab eine M107-Munition im... Oder? Nein. Hab ich das geträumt? Äh, wann? Sie sind komplett weiß. Alter, schier. Okay, wenn man drauf schiesst, fliege ich Bröckerl weg, so als würde man in die Erde schiessen. Schau durch die aus. Ich mag jetzt die AS50 aus, glaub ich. Ja. Der, 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 der... Perre. Hast du drauf. Oh man, geh lang. Bist du tot? Ich? Na, ich bin rausgekupft schon mal. Ouch, superbra�. Ich bin rausgekupft schon mal und zu eigener maple. Das ist 1950-Munnet. Ich bin rbeitest, lerner九st году. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020